Es ist der 4.9.2022 und wir drehen, glaube ich, das 113.Fußvideo. Ich meine, das müsste eigentlich stimmen. Und ich habe eben gerade die Schiene abgenommen. Jetzt gucken wir uns wieder an, wie sieht das aus. Bisschen knutschig natürlich von der Schiene, weil sie sich ja immer so ein bisschen einlagert. Ja, da können wir schon wieder Adern sehen. Haben wir gestern auch festgestellt. Da, das ist, ja, weil es jetzt jeden Tag diesen, dieser Bereich hier so ein bisschen dunkel ist. Das, was für euch dunkel ist, ist eine Abhebung, eine winzige Abhebung. Und ja, Flüssigkeit ist noch drin. Nichtsdestotrotz, in kleinen Schritten geht es voran. Hier vorne ist es fest. Da sieht man noch so eine Beule. Das ist eine Schwellung. Vermutlich sind da die Bänder drin. Ja, soviel zu heute. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, als das, was ich sehe, was ihr seht. Schauen wir es uns halt morgen wieder an. Macht's gut! Gut! Das war's für heute.